So, die Kleinen sind heute 19 Tage alt. Die Augen sind auf. Mittlerweile können sie schon auf die Füße laufen. Es sind drei Buben, ein Mädchen und ab der achten Woche gebe ich die ab. Aber nur an liebe Hände. Ich habe so eine kleine Ente mit reingelegt in die Box. Da kuscheln die richtig süß mit. So. So. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020